Berlin Minuten später war die Meldung der FDP, bei Twitter raus. Lieber nicht regieren als falsch, passend, dazu in den Farben der Partei. Immer mehr Menschen stellen sich aktuell die Frage, ob die Partei von Christian Lindner das aus der potenziellen Koalition vielleicht absichtlich herbeigeführt und inszeniert hat. Den Geist des Sondierungspapiers können wir nicht verantworten. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und alles das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir nicht überzeugt sind. Das Bild sieht nicht besonders aufwendig aus und zu diesem Zeitpunkt, an einem sehr späten Sonntag, gab es für die Mitarbeiter womöglich auch nicht allzu viele andere Aufgaben. Als aber Twitter-Nutzer die Bilddatei genauer untersuchten, fanden sie heraus, dass sie bereits vergangenen Donnerstag erstellt wurde. Liebe AdFDP, wieso hat eure Grafik das Datum von Donnerstag als Dateinamen? Ach ja, das war der eigentlich letzte Tag der Sondierungen, richtig. Der Abbruch der Gespräche war aber wirklich noch nicht länger geplant. Dass es im Moment noch Unklarheiten über den Abbruch der Verhandlungen auf Seiten der FDP gibt, ist offensichtlich. Allerdings hatte die Partei schnell eine Erklärung, warum die Datei bereits am Donnerstag fertig war, Freitag sollte die Sondierung enden. Wir haben alle Szenarien vorgedacht. Gerne hätten wir gesagt, ein Anfang ist gemacht. Trendwenden sind aber nicht in Sicht. PC.tv itter.com-mmnwt54hk FDP AdFDP, November 20, 2017 Das mit relativ wenig Aufwand verschiedene Reaktionen in den sozialen Medien vorbereitet werden, erscheint bei einer Partei, die ausgerechnet dort recht aktiv ist, nicht besonders überraschend. Geschwindigkeit ist bei Twitter ein hohes Gut. Mehr zum Thema Alle Informationen aus Berlin Stimmen, neuste Entwicklungen und mögliche Szenarien über das, was folgt, lesen Sie hier. Von Jan Heemann, RND Je 넣en Sie dort verschiedenabyrinth Jeике Je dedans Vielen Dank.